Herzlich Willkommen bei CEF Unboxings und die neunte Staffel der Erfolgssitcom The Big Bang Theory ist für das Home Entertainment erschienen und ich habe hier die Blu-Ray Version der Staffel, diese werde ich euch jetzt vorstellen. Schauen wir uns das Ganze als erstes von vorne an. Wir haben natürlich, wie könnte es anders sein, ein Wendekover mit dabei. Sieht richtig cool aus hier, das Frontmotiv. Und wir haben ja bisher bei allen Big Bang Staffeln für jede Staffel ein komplett neues Cover-Art-Design bekommen und das hier, muss ich sagen, gefällt mir mit am besten. Doch das Wendekover eben FSK-Flatschen, digitale UV-Informationsflatschen nicht mehr sichtbar und so richtig cool, wie hier unsere ganzen Charaktere posen. Dann haben wir oben natürlich auch die Information, die komplette neunte Staffel. Es handelt sich hierbei natürlich wieder um eine blaue Amory, die nicht dick ist, wie zum Beispiel bei den Arrow- oder Flash-Serien, wo halt vier Disks reinpassen müssen, deshalb ist das Ganze einfach ein bisschen umfangreicher. Aber hier handelt es sich einfach um eine normale Blu-Ray-Größe, weil das Ganze auf zwei Disks gepackt ist, also alle 24 Episoden sind auf zwei Disks gesammelt. Das finde ich immer richtig cool, da muss man die Disks nicht so oft wechseln. Dann haben wir den Spin, das Ganze wieder natürlich perfekt passend zu allen anderen Staffeln. Big Bang Theory, die komplette neunte Staffel, das Warner Bros. Serien-Logo, Home-Video und auf der Rückseite natürlich die ganzen Informationen zur Staffel. Da hätten wir eine dicke Infobeschreibung, eine Aussage zur Serie, besser denn je. Und ansonsten noch ein paar Ausschnitte bzw. Screenshots von den jeweiligen Episoden. Gleich dann mal von der ersten Folge, die Hochzeit in Las Vegas zwischen Penny und Leonard. Dann der Shot, wo Sheldon gerade eine VR-Brille ausprobiert und wie die vier Leonard, Sheldon, Howard und Raj gerade das Fechten erlernen wollen. Wir haben einiges an Specials mit dabei, haben dabei ein paar Sachen reingeguckt. Das Comic-Con-Video ist sehr interessant, genauso wie natürlich wieder die Bloopers. Die verpatzten Szenen sind immer sehr witzig, genauso ganz cool die 200-Episode-Special-Folge. Dann haben wir hier nochmal die ganzen Informationen von der technischen Seite her. Die Staffel geht 467 Minuten, sind eben wie immer 24 Folgen, die jeweils 19 Minuten gehen. Und wir haben in Deutsch und in Englisch jeweils eine 5.1-Tonspur, also das ist Serien-Standard-Niveau, würde ich sagen. Dann öffnen wir das Ganze. Dann hätten wir natürlich wieder obligatorisch einen UV-Code. Richtig cool, kann man das Ganze auch mal unterwegs anschauen. Dann hätten wir wieder einen Episoden-Führer mit dabei. Der ist auch sehr schön designt. Mit demselben Motiv wie auch schon auf der Blu-Ray drauf. Und wenn wir das Ganze öffnen, hätten wir hier dann die Information, beziehungsweise die Infobeschreibung. Eine ganz kurz, knapp zusammengefasste zu allen 24 Folgen. Richtig cool. Mit ein paar Ausschnitten noch. Und hier haben wir auch noch ein paar Shots. Und auf der Rückseite, das war auch bei allen anderen Episoden-Führern von den bisherigen Staffeln so, nochmal, wer alles wen spielt. Und halt nochmal ein schönes Bild von der Staffel. Ansonsten hätten wir jetzt hier die zwei Discs. Was ich richtig cool finde, ist, dass wir hier verschiedene Motive haben. Bietet sich ja perfekt an, die ganzen Charaktere da einfach einzeln draufzupacken. Hier Sheldon, Penny und Lennart. Und rechts dann Bernadette, Amy, Raj und Howard. Finde ich sehr cool Design auf jeden Fall. Dahinter könnt ihr nochmal das Wendekover sehen, das ich ja bereits natürlich eingesetzt habe. So sieht das Ganze dann aus. Und das war es eigentlich auch schon mit meiner Vorstellung. Der neunten Staffel, der Blu-Ray-Version von The Big Bang Theory. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und es würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, wie euch die Veröffentlichung gefällt. Ist jetzt nichts Besonderes, aber von den Sachen her, die sie gemacht haben, eigentlich recht ordentlich, wie ich finde. Die Staffel empfinde ich als sehr gelungen. Jetzt nicht die beste von der ganzen Serie, aber sie war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und für alle Big Bang Theory Fans natürlich eine absolute Empfehlung. Ein Daumen nach oben. Links zur DVD und zur Blu-Ray-Version. Der Staffel packe ich euch natürlich in die Infobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns zum nächsten Unboxing. Bis demnächst.